Wir haben wieder dabei sein für einen neuen Video. Christian, der Liebe und der Akrobatik ist. Und heute machen wir wieder einen neuen Wasser-Idiol. Ja, ein neues Wasser. Und heute machen wir wieder was mit dem Ring. Heute machen wir wieder was mit dem Ring. Und heute versuchen wir den automativen Ring-Wasser-Bettel. Wer seinen besten schafft. Und Christian will den, glaube ich, noch mal schnell aufpusten, glaube ich mal. Ja. Und dann können wir vielleicht... Hallo, den Aufkaufsdruck. So Leute, jetzt haben wir den aufgerpustet. Ja, wir haben den aufgerpustet. Nein, Leute, wir haben den aufgerpustet. Und Chrissy ist Frau Hutz schon wieder geworden. Ja, ich bin wieder aufgedehnt. Und jetzt sehen wir uns, dass wir den Ring fangen. Und dann müssen wir dann durch... Ach, ich will fangen. Nein. Und das läuft. So. Und dann muss Chrissy schnell weg. Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Fang, 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 nein. Nein. Ja, ich bin fast. Nein. Ich will mir ein Video machen. Boah. Das haben wir uns auch nicht gesagt. Dass ich gerade Chrissy gesagt habe, was ist das? Jetzt machen wir was anderes, also er hat sie das gemacht, jetzt gehen wir noch was anderes. Wie ich so enger unter Wasser geblieben bin und jetzt machen wir hierher, dauer. So und jetzt drehen wir jetzt so die Milone, die leckere Milone. Und ich muss sie wieder festhalten. Und ich muss jetzt, warte, ich war ärgerlich. Irgendwie eine Kerze oder irgendwas machen. Sehr gut, das heißt er ist den Trick. Oh, der war aber gut gewesen. Jetzt zeige ich euch, das war einer der falsche Trick der ihn machen wollte, aber der geht auch, den haben wir noch gar nicht gemacht. Den haben wir auch nicht geübt. Mach mal hier mehr hin. Ja Leute, ich bringe jetzt... Und dann machst du das. Und jetzt zeige ich euch mal... Und jetzt der nächste wird, wie ich mit einem Ausbaum mit einem Reif bringe. Also ich würde machen jetzt doch was anderes, was ich eigentlich nicht mit dem Körper... Also mach ich jetzt das. Das ist... Oh nein, ich komme wieder! Ja, schon wieder den gleichen Leute, aber egal. Ist egal, ich wollte einen so raus springen und dann zum Runter glüpfen Leute. Ja, und ich wollte mich hier drehen, einen zu machen. Hast du wegschieben weiter? Nein! Ich darf mich nicht hin. Ja, es geht fast, es geht fast Leute! Leute, jetzt versuch ich jetzt mal, komm weiter unten. Leute! Ja! Hier bin ich, Leute! Alter Gott! Und der hat leider nicht so richtig gesagt. Nein, aber wir sind die YouTubers. Ist aber schaffbar und nicht immer alles. Ja, und wir machen die Videos nur für euch. Und auch Spaß! Ja! Und jetzt kommt noch ein schlimmeres Teil von mir. Ich springe schon ganz hoch. Und jetzt, Leute! Das ist der schlimmste Teil. Der schlimmste. Das kann schlimm enden. Und es hat auch ein bisschen schlimm geendet, Leute. Ich bin richtig mit meinen Händen drauf gekommen und ein bisschen mit meinem Kopf. Aber nicht so schlimm. Diese YouTuber sind schon alle. Ja, wir sind doch die YouTuber. Und guckt mal bitte unser erstes Video an. Ja, das geht leider nur 25 Sekunden. Das war ja eh nur das, wo wir gesagt haben, heute kommt ein Like. Oh! Bitte! Ein Like! Und ein Abend!